ich grüße euch leute und herzlich willkommen zu einem neuen gameplay video hier in wwe champions leute es geht weiter mit den gameplays zu ich sag's mal so den free to play charaktern und ja im zuge unserer neuen roster bewertungsformats was bald starten wird oder schon gestartet ist wenn ihr das video seht das weiß ich noch nicht so richtig muss ich sagen möchte ich natürlich auch superstars hinweisen die ja höchstwahrscheinlich jeder im roster hat und ja wenn er nicht weiß was er leveln soll aber irgendwie superstars haben möchte die guten schaden mache um euch einfach ein bisschen hilfestellung zu geben und zu sagen hier leute ihr habt ihr doch jemanden so und heute soll es um dominic mysterio gehen bei dominic mysterio müssen wir allerdings ein bisschen reden da müssen mal ein bisschen reden es gibt bei ihm nämlich ziemlich viel zu beachten ich erlebe es selber immer wieder wenn im discord so manche leute fragen ja soll ich dominic mysterio hochziehen und dann sagen viele dann immer gleich ja hast du trainer zombie ray mysterio und dann sagen die leute nein dann sagen sie dann lass es ich bin da ein bisschen anderer meinung und dann auch so eine geschichten hast du die allhard plate hast du die zombie plate und so die finde ich allerdings schon ziemlich wichtig aber leute wir haben das video heute dafür zeit um genau über sowas mal zu reden weil dominic mysterio ist auch wichtig wir haben ja bei wwe champions das ist für mich auch ziemlich neu wieder gewesen wo ich angefangen habe diese ganzen momente und dominic mysterio hat hier auch so ein moment dieses zombies the thunderdome moment und ich bin mir ganz sicher dass das viele von euch haben bin ich mir sicher und ich habe das mittlerweile auf das auf level 25 hochgepusht und warum ist dieses moment auch so enorm wichtig ihr seht hier steht da im showdown modus machen zum beispiel multiplizierer ich habe ein sub gekriegt ich streame doch gar nicht reinbu hat sich hier einfach mal ins video gestellt und hat mir auf twitch sub da gelassen rein ich danke dir das ist doch mal geil herrlich rein mein guter danke dir wo war ich showdown rein mich hier voll aus dem konzept gebracht showdown modus multiplizierer juwelen erhöhen ihre stufe um ganze zwei zumindest bei mir jetzt bei maximal wert okay bleibt so okay um zwei das ist für zombie dominic ziemlich wichtig darüber hinaus haben die auch noch infektion feud perk hier auch das multiplizierer juwelen ihre stufe um 1 erhöhen nicht so gut wie beim showdown aber trotzdem noch mal erhöhen die das um ganze 1 gut mal ganz kurz zum moment so jetzt gehen wir mal ein bisschen in die moves rein wir spielen ihn dreifach gelb der vollständigkeit halber will ich allerdings noch mal gucken ab wann das dreifach gelb möglich ist ich sehe es gerade dreifach gelb möglich ab sechs sterne haben wir hier wieder das thema so coach eigenschaft guck mal doch gleich noch mal rein das war hier ein bisschen viel manöver und juwelen also fallen countdown und juggernaut die blaue juwelen erzeugen machen drei blaue mehr und wir erhöhen den kick out schaden um zehn prozent auf höchster stufe links zombie verbindung ist klar mysterio familie hat er modern era zusätzliche gegears gegears keine so gut nun zu seinen moves wir haben es kurz schon durchblitzen lassen wir spielen ihn dreifach gelb so wird es denke ich mal beinahe jeder machen und jetzt das ganz große thema entourage sprich trainer coaches ich habe mir für heute vorgenommen ich werde es definitiv zweimal mit euch machen das match einmal mit und einmal ohne zombie ray mysterio zombie ray mysterio und so ehrlich muss man einfach mal sein ist für dominic das gewisse zünglein an der waage was noch mal enorm eine schippe drauf setzt aber wir gehen mal rein erstmal in die trainer ich habe drin den guten kofi kingston klingt logisch ich will gelbe manöver ein bisschen pushen ich habe jetzt hier weil ich halt das glück habe raquel rodriguez zu haben habe ich mit reingemacht grüne manöver grüne juwelen machen 50 prozent mehr schaden und multiplizierer juwelen erhöhen ihre stufe auch noch mal um eins das ist ziemlich geil muss man sagen sie ist für dominic mysterio ein richtig guter trainer wenn ihr sie nicht habt macht euch kein kopf sucht euch einen trainer aus eventuell zum beispiel wenn ihr vip triple h habt dann macht ihr mehr countdown juwelen den könnt ihr nehmen oder ihr sucht euch einfach jemanden aus der grüne juwelen pusht der grüne juwelen bisschen den schaden erhöht da fällt mir zum beispiel der powerhouse hier harlem heat bukerti fällt mir da ein der tut grüne juwelen pushen und den haben denke ich mal auch viele von euch ich habe dann hier noch center hogan mit drin ganz einfach um das manöver nochmal mit dem punkt mehr zu starten kein must have da geht es dann wirklich darum startest du turn one startest du turn two in der fehde und so weiter oder im showdown wenn ihr den nicht habt auch jetzt kein beinbruch hier vielleicht auch gar nicht so schlecht die idee reinzugehen und zu sagen ich nehme zum beispiel john cena den techniker der eben wie bei dem habe ich john cena gesagt ja john cena ist richtig john cena techniker könnt ihr nehmen erhöht grünen juwelen schaden und macht mehr countdown juwelen geile geschichte und ich denke mal den haben halt viele den haben halt viele und jetzt kommen wir zu ray mysterio oh oh mein gott aufhören roche ey ray mysterio manöver und juwelen fallen countdown und juggernauts wir werden bei dominic countdown juwelen spielen die grüne juwelen erschaffen da erschafft er zwei mehr pro countdown juwelen und wir erhöhen unseren kickout schaden wie gesagt wenn ihr ihn nicht habt wir sehen es dann gleich so das ist das loadout mit dem wir reingehen und das geht schon ziemlich nach vorne gürtel ist bei ähm ja dominic ziemlich wichtig wenn ihr hier diese plate habt und ich bin mir sicher viele von euch die zu dem zeitpunkt aufgehört haben wie ich damals da hat diese all heart plate über die jeder spricht jeder beinahe dazu geschossen gekriegt deshalb ich kann mir vorstellen dass die viele von euch haben wenn ihr die nicht habt ist auch sehr interessant hier die set plate die könnt ihr auch nehmen nämlich immer wenn du vier oder mehr countdown juwelen machst erhöht du deinen grünen juwelen ne erhöht du deinen juwelen schaden um 50% und der gegner du hast halt 35% juwelen verteidigung für zwei turns die ist auch gut die ist auch gut all heart ist ein bisschen besser nämlich wenn wir drei oder mehr submission juwelen machen was wir halt eben auch gleich machen werden erhöht sich unser grüne juwelen schaden um 100% das ist ziemlich geil muss man sagen die Art wie ich Dominik hier habe mit all heart plate mit Ray Mysterio dann noch als kleines zusätzliche Schmanke mit Raquel Rodriguez ist natürlich perfekt das ist perfekt machen wir uns nichts vor so wir gehen rein wir gehen rein wir haben Walter ah ist jetzt ein bisschen unklug gewählt von mir weil wir auch Klassenvorteil haben aber deshalb denkt euch 25% weg mehr ist es doch nicht aber zeigt vielleicht auch so okay Dominik gegen Powerhouses ah was ist möglich und so weiter und so fort so Dominik Mysterio nach vielen Gerede auch endlich mal gespiele was machen wir wichtig ist Submission als letztes Spiel wir machen hier unseren Brain Blender und werden da jetzt erstmal unsere Juwelen mal äh unsere Juwelenschaden ein bisschen hoch pushen um ganze 137% setzen jetzt hier mit dem Drag Your Under 14 zusätzliche Countdown Juwelen so und jetzt kommen wir am Ende mit der Submission die dann auch unsere All Heart Plate aktiviert wir machen die Submission setzen 18 Juwelen machen so und so viel Schaden für ein paar Runden und haben am Ende die Submission Gems die übrig bleiben werden Multiplizierer Juwelen der Stufe 3 ha der Stufe 3 wir gehen rein große Hoffnung jetzt hier möglichst viele Submission Gems müssen übrig bleiben möglichst viele Countdown Juwelen müssen übrig bleiben und Walter hat hier schon wieder ziemlich Glück aber das sieht ganz gut aus wir haben mal 4 weil wir halt eben Raquel haben so jetzt zündet alles hier das sieht ehrlich gesagt ganz schön scheiße aus aber wir haben trotzdem 12 Millionen gemacht 12 Millionen haben wir gemacht das ist in Ordnung das ist in Ordnung ihr seht da ist ein bisschen was übrig geblieben sprich wegen Countdown Juwelen und so weiter und so fort 12 Millionen da geht mehr das ist halt wirklich so abhängig davon wie viele Countdown Juwelen sind übrig und so weiter und dann kommt natürlich noch hinzu Dominik Mysterio bei mir auf 6 Sterne Silber mittlerweile ähm dann alle Sterne ausgefüllt das hat endlich jetzt geklappt ich hatte die Marken und Medaillen den ganzen Scheiß oder wie die heißen endlich am Start das hat endlich geklappt wir gehen mal rein ich werde jetzt hier Ray Mysterio rausnehmen werde hier ich bin mal so fair und nimm hier einfach auch mal Hogan raus weil das ist auch so einer den vielleicht nicht viele haben so und jetzt tun wir hier mal ein bisschen was ändern so einfach mal dass das vielleicht ein bisschen anders aussieht wen hab ich gesagt ich möchte bitte den Techniker John Cena haben der mir jetzt hier nicht da ist grüne Juwelen 15% mehr und Moves die Countdown machen mache ihn mehr den nimm wir mal mit und so vielleicht für grüner Juwelenschaden wer war denn das gewesen okay das ist Lex Luger den hab ich ja auch noch nicht weiter gemacht wen mach ich denn hier jetzt noch rein wen mach mal denn jetzt hier noch rein haben wir hier hier Countdown okay hier ne obwohl eigentlich sie wäre jetzt hier nicht so interessant grün 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 boah hier äh The Rock ist auch nicht so uninteressant wenn ihr den vielleicht habt ne Multiplizierer Juwelen komm den machen wir mal mit rein so und hier Raquel wie gesagt hat ja auch nicht jeder die machen wir auch mal weg und gucken mal hier dass wir irgendwas finden was vielleicht grüne Juwelen etwas pusht wie ich es vorhin gesagt hab ne zum Beispiel Harlem Heat Booker T aber auch ähm ziemlich interessant äh hat nicht jeder weiß ich aber wir werden ihn der Vollständigkeit halber hier mal mit reinsetzen nämlich den guten VIP Triple H wir machen dann nämlich ein bisschen mehr Countdown Juwelen das hat so ein bisschen den Vorteil dass wenn wir unseren Submission Move machen dass dann eventuell ein bisschen was liegen bleibt also die Chance dass ein bisschen mehr was liegen bleibt so wir gehen rein das Problem jetzt sind natürlich wir werden nicht so viel Grün aufs Board setzen aber um einfach mal die Frage zu klären kann man Dominic Mysterio spielen ohne Zombie Ray Mysterio ich sage ja und das werden wir uns jetzt nämlich auch mal angucken das werden wir uns jetzt auch mal angucken wir machen dasselbe wie vorhin und zack und hoffen natürlich dass Walter uns möglichst viel übrig bleibt wir erhöhen unsere Chance dass ein bisschen mehr übrig bleibt eben dadurch dass wir ein paar mehr Countdown Juwelen jetzt so auf dem Board haben zack und setzen jetzt hier eben unsere Submission und hoffen dass Walter ein bisschen was übrig lässt okay okay hier ist schön was übrig geblieben das sieht sehr gut aus und los wir zünden zack zack der hat sogar mehr gemacht weil davor sah unser Board echt nicht gut aus muss man wirklich mal sagen jetzt ist es halt ein bisschen Border Pay der hat sogar mehr gemacht aber es bekräftigt mich einfach nochmal in meiner Aussage wenn ich sage kann man Dominic Mysterio ohne Zombie Ray Mysterio spielen die Antwort lautet ja und jetzt ihr habt ja gesehen unsere Multiplizierer Juwelen ja sie waren jetzt trotzdem mal vier Grund dafür war gewesen ähm der gute Rock war natürlich ein Grund gewesen und ich habe jetzt auch gerade für mich gesehen deshalb ich verbessere mich auch immer so so gerne ich speichere hier dann immer meine aktuellen Loadouts ähm so habe ich es euch vorhin jetzt gezeigt und habt ihr auch gesehen für mich vielleicht Hogan hier gar nicht so interessant weil äh ich könnte hier einfach auch mhm Gem Modifier könnte hier auch wirklich getroste Rock reinnehmen der ja auch neu bei mir ist und dann hätte ich dann natürlich beim Multiplizierer noch ein bisschen was ist vielleicht sogar noch besser wie das was ich vorhin hatte deshalb so ne Videos sind auch gut für mich um ganz einfach mich nochmal ein bisschen mehr mit meinen Superstars zu beschäftigen genau dieses Loadout werde ich mir jetzt nämlich auch mal speichern das könnt ihr übrigens nur machen wenn ihr den Riemenpass gebucht habt nur mal so jetzt gut aber ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was zeigen und vergesst bitte nicht wir hatten dieses mal vier dadurch also die Multiplizierer jetzt sogar mal fünf dadurch dass ich das jetzt mit euch nochmal so durchgebastelt hab mal fünf Situationen bei mir im Showdown erhöhe ich das nochmal mit zwei da hab ich siebenmal Juwelen dort im Multiplizierer liegen und in der Factor Feud halt sechser weshalb wenn ihr dieses Moment habt also zusammengefasst Rey Mysterio macht ihr macht ihn perfekt mit All Heart Plate gegebenenfalls Zombie Plate Rey Mysterio Zombie und dem Moment meine Meinung ist wenn ihr eins davon habt ist es eigentlich schon ein Grund zu sagen zieht Dominic hoch das ist meine Meinung man kann mich dort jetzt berichtigen und wir können da im Kommentarbereich eine schöne Diskussion anfangen für viele Rosters die vielleicht bei den Technikern nicht unbedingt wissen was sie machen sollen ist Dominic definitiv eine super Wahl und ich hoffe ich konnte mit dem Video hier auch mal einigen einfach mal ein bisschen zeigen ey ich hab Dominic auch ich hab den irgendwie gar nicht gelevelt ne vielleicht ist es mal eine gute Aktion Leute überlegt's euch mal der ist nämlich echt ein guter Techniker gut für das Video soll es es heute aber gewesen sein ich bedanke mich wieder vielmals dass ihr dabei wart hier bei unserem Gameplay mit Dominic und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder macht's gut ciao